Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video. Mein Name ist Markus Faas. Ich bin Fotograf und Fototechniker. Und für uns Fotografinnen und Fotografen hat die Ergonomie an unserem Bildschirmarbeitsplatz schon immer eine ganz besondere Bedeutung. Warum? Weil wir nicht den Hauptteil unserer Arbeit am Set mit tollen Modellen verbringen, sondern am Rechner. Der Hauptarbeitsplatz ist der Rechner und deswegen ist die Ergonomie für uns dort sehr, sehr wichtig. Und für viele von euch nimmt die Bedeutung des Bildschirmarbeitsplatzes zu. Durch vermehrtes Homeoffice-Arbeiten, ja, aber auch im Büro finden ja nicht nur die normalen Arbeiten am PC statt, sondern eben auch Meetings werden mehr und mehr oder fast ausschließlich zur Zeit per Videokonferenz, per Skype, Zoom, Teams durchgeführt. Das heißt, ihr sitzt viel länger an eurem Rechner und deswegen wird es umso wichtiger, auch hier eine tolle Ergonomie zu haben. Und ein Produkt möchte ich euch heute vorstellen, was euch dort wirklich super unterstützt, was eure Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz verbessert. Ich kannte von der Firma BenQ bisher immer nur ihre Monitore und ich arbeite seit eh und je mit einem speziellen Monitor für Content Creator, wo die Farben besonders kalibrierbar sind und natürlich weiß die Firma BenQ, welche Herausforderungen es für Fotografinnen und Fotografen am Bildschirmarbeitsplatz gibt. Und ich wurde gefragt von der Firma BenQ, ob ich nicht mal diese besondere Schreibtischlampe testen möchte. Und ich möchte jetzt vier Gründe nennen, warum es die beste Schreibtischbeleuchtung ist, die ich jemals hatte. Allerdings gibt es auch einen kleinen Hasenfuß und auch den will ich dir natürlich nicht verschweigen. Nomen est omen. Diese Leuchte heißt Screenbar und sie wird direkt an deinem Screen, an deinem Bildschirm befestigt. Und egal, ob es dein stationärer Monitor ist oder dein Notebook, die Lampe ist so flexibel, dass du sie überall anbringen kannst. Und dann verstellst du hier den Bildwinkel, sodass dein Arbeitsplatz optimal beleuchtet wird. Wenn dein Monitor einen USB-Anschluss hat, dann kannst du die Leuchte direkt über den Monitor anschließen. Oder sonst nimmst du einen anderen USB-Port oder ein externes USB-Ladegerät und kannst daran die Leuchte anschließen. Und so wird sie mit Strom versorgt. Wenn du möchtest, kannst du den Screenbar so einstellen, dass sich die Helligkeit der Leuchte automatisch an das Umgebungslicht anpasst. Das ist augenschonend und sehr angenehm. Wenn sich die Helligkeit verändert, hast du immer die optimale Helligkeit an deinem Arbeitsplatz. Zudem kannst du die Farbtemperatur zwischen Warmweiß und Kaltweiß regeln und individuell einstellen. Die Hypothese ist, dass ein kälteres Licht eher zum fokussierenden Arbeiten gut ist und ein wärmeres Licht zum entspannten Arbeiten. Wenn du Bildbearbeitung machst, dann solltest du eine mittlere Farbtemperatur wählen, denn das Auge adaptiert sich an die Farbtemperatur. Und wenn du dann auf den Bildschirm schaust und eventuell Farben korrigierst, dann bewertest du die falsch, wenn die Leuchte zu extrem eingestellt ist. Nun kommen wir aber endlich zu den vier Gründen, warum das die beste Schreibtischleuchte ist, die ich jemals hatte. Also einerseits wird dein Arbeitsplatz optimal beleuchtet. Der Lesebereich an deinem Arbeitsplatz wird optimal beleuchtet. Du kannst die Lampe individuell einstellen vom Winkel. Und der zweite Grund ist, dass du sie eben so einstellen kannst, dass du keine Reflexionen an deinem Monitor hast. Und dass dadurch der Kontrast deines Monitorbildes optimal erhalten bleibt. Und andererseits ist eben dieser Lichtkegel so schmal, dass du als Nutzer überhaupt nicht geblendet wirst. Na und der vierte Punkt. Diese Leuchte nimmt einfach keinen Platz auf deinem Schreibtisch weg. Also einerseits beleuchtet sie deinen Arbeitsplatz optimal und andererseits bist du nicht beeinträchtigt durch irgendwelche Dinge, durch den Standfuß etc. Weil sie ja optimal hier auf deinem Monitor Platz findet. Ja genau dort, wo sie eigentlich hingehört. Und was ist der größte Nachteil dieser Leuchte? Naja, wir Content Creator, wir arbeiten oftmals mit solchen Blendschutzhauben. Weil die nämlich auch, wenn Tageslicht beispielsweise einfällt oder wenn es noch mehr Leuchten im Raum gibt und wir wollen ja auch nicht immer im dunklen, abgedunkelten Raum arbeiten, dann sorgen diese Blenden dafür. Die sind innen super reflektionsarm. Die führen dazu, dass wir auch bei normalem Umgebungslicht ganz geringe Reflexe auf dem Bildschirm haben. Und der Screenbar ist leider nicht kompatibel mit diesen Schutzblenden, mit diesen Lichtschutzblenden. Ich sage euch, ich bin drauf und dran die Blenden abzumontieren, damit ich den Screenbar verwenden kann, weil es wirklich ein optimales Arbeiten ist, wenn es dunkel ist. Aber am allerliebsten würde ich mir wünschen, dass ich beides kombinieren kann. Und ich habe hier oben sogar so eine Öffnung, da kann ich ein Kalibriergerät durchlassen, damit ich den Monitor kalibrieren kann. Aber leider passt auch dort die Leuchte nicht rein. Schade, das wäre die optimale Kombination. Aber vielleicht wird es sowas ja mal geben und dann ist es für mich die optimale Kombination. Wenn du aber nicht solche Lichtschutzblenden verwendest, dann ist es wirklich die optimale Ergänzung für deinen Arbeitsplatz, für ein entspanntes Arbeiten, für ein augenschonendes Arbeiten. Und da kann ich dir so eine Leuchte wirklich dringend empfehlen, weil die vielen Funktionen, die sie hat, dich eben unterstützen beim ermüdungsfreien Arbeiten. Und es gibt verschiedene Versionen dieser Leuchte. Aus meiner Sicht reicht die einfache völlig aus. Und toll ist, finde ich, auch diese Stromversorgung direkt am USB-Anschluss, hier mit USB-C-Stecker, sodass du gar nicht viel Kabellage hast. Aber es gibt auch noch Versionen dieser Leuchte, sodass du ein Steuergerät hast an deinem Schreibtisch. Ich halte es nicht für notwendig. Das Geld würde ich sparen und ich halte diese Version völlig für ausreichend. Und natürlich verlinke ich dir die mal unten in der Videobeschreibung. Und wenn du sie bei Amazon über diesen Link kaufst oder auch andere Dinge über den Link kaufst, dann unterstützt du im Übrigen meinen Kanal. Und das würde mich freuen. Und dann kann ich noch mehr solche Videos machen und dich mit Content unterstützen. Gib doch mal einen Daumen nach oben oder nach unten und gib mir so Feedback, wie dir die Leuchte gefallen hat. Und vielleicht hast du auch noch weitere Anregungen, warum so eine Leuchte wichtig ist oder warum du darauf verzichtest. Und das fände ich auch spannend, wenn du deine Meinung in die Kommentare schreibst. Ich lese sie alle. Ich kann sie vielleicht nicht alle beantworten, aber ich lese sie alle. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.